Er war eigentlich die Kanzlerfigur, die Deutschland sich immer vorgestellt hat. Wir waren natürlich begeistert von ihm. Jemand sagte, der trägt ja nicht mal einen Schlips und der antwortete, Grips statt Schlips, Herr Kollege. Das fanden wir natürlich alles großartig. Ich habe nie gewartet, bis mich einer vorgeschlagen hat, sondern habe einfach gesagt, ich will auch und ich denke, ich kann es. Das heißt, da ist ein Mann, der entscheidet. Er ist mit dieser unermüdlichen Energie und Kampfbereitschaft geboren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017